Laubsäge, Kreissäge, Kampfsäge, Fußschwanz, Bügelsäge, Stichsäge, Nervensäge. Zeigt ihr denn manchmal auch eine Nervensäge? Oder so? Ach, Papa, nicht. Soll ich mal die Eltern fragen? Zeigt ihr Nervensäge? Nein, natürlich nicht, Freunde. Also, das steht von Ziggy Feld. Sag mal, Nick, Ingo wollte ich schon sagen. Heiko, Heiko, sag mir doch mal, wo kann man denn die CD und DVD kaufen heute? Ah, da steht er heute, da ist er, mein lieber Freund und Kollege, der Andreas Papa. CD und DVD nehmen heute mit. Und ich singe hier natürlich gleich noch, das kennen wir von mir. Können wir natürlich auch noch vor Ostag mal machen mit den neuen CDs. Oder werfen passen auch super gut, zum Beispiel in ein Ostagesteri. Also zwischendurch heimlich mal zu einem Lärmsteg, kann ich mit dem auch heimlich singen, wenn Sie meinen, da wäre noch genau so viel für Ostagesteri.